Wir haben ja Zeit. Ich habe das allgemeine Gefühl, dass dieses Let's Play so ein bisschen unter dem Motto steht. Wir haben ja Zeit. Was ist Zeit? Was ist Zeit überhaupt? Und eigentlich stellt sich auch die Frage, hat man sie wirklich? Dann weiß es nicht. Das weiß niemand. Was ist überhaupt das für ein Begriff? Zeit haben. Man kann sich halt etwas bestimmtes Zeit nehmen. Sagt man immer. Die Frage ist, wie sehr nimmt man sich die Zeit? Man macht halt in der Zeit nur was anderes. Die Zeit in die Hand nehmen und damit aktiv was anderes machen, tut man eigentlich nicht, wenn man sagt, man nimmt sich mal Zeit für irgendwas. Da macht man halt eine Zeit lang das, weil man sagt, man nimmt sich Zeit für, wo man normalerweise andere Dinge erledigen würde. Wie gesagt, ich nehme mir jetzt mal Zeit zum Aufnehmen. Stellt sich die Frage, was will ich denn sonst in dieser Zeit machen? Vor allem in meiner aktuellen Situation, ich habe Semesterferien. Ich brauche mir keine Zeit nehmen. In Semesterferien habe ich sowieso nichts zu tun. Das klingt auch hart, wenn man sagt, man hat nichts zu tun. Dann hat man eigentlich nur, dann weiß man nicht, was man mit der vielen Zeit anfangen soll, die man hat. Zur freien Verfügung hat. Und sobald der Mensch mal, das merkt man selber ganz gut, wenn man sich mal alles selber einteilen kann. Und es dadurch möglich ist, quasi den perfekten Tagesablauf zu organisieren. Dann stellst du fest, du hast zwei oder drei Stunden, an denen du nicht weißt, was du noch machen sollst. Weil du alles, was du im Normalfall den ganzen Tag in Anspruch genommen hast früher, als noch die Zeit von anderen Seiten her eingeteilt wurde. Nicht von dir, sondern zum Beispiel von einem Chef, oder der, der halt den Arbeitsdienstplan gestellt hat. Und dann konntest du den Tag da doch immer optimieren, seitdem du davon nicht mehr abhängig bist. Und auf einmal stellst du dir fest, du kannst mit diesem optimierten Tag zwei Stunden anspannen. Und wenn du dann sagst, du hast so viel Zeit, dann heißt das eigentlich nur, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Das heißt, dir geht's, der hat der Plan eigentlich ab. Und das müssen wir eigentlich wieder lernen. Wir müssen wieder lernen, einfach mal uns hinzusetzen und nicht überlegen zu müssen, was fange ich jetzt mit der Zeit an. Ja, das muss man mal begreifen. Und ich spiele schon relativ lange jetzt wieder am Stück. Es ist nichts passiert. Vielleicht sind wir mit der Welt über dem Berg. Wär schön. Andererseits bin ich, was das betrifft, jetzt in Zukunft einfach mal leise. Speichere immer mal wieder ab. Man soll ja nicht einen Teufel an die Wand malen, ne? So. Sie ist auch schön. Aber habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich sie nicht gerne mag, wenn eine Minecraft Nacht ist. Vor allem nicht in dieser Version, wo man nichts mehr sieht. Es ist so furchtbar. Man erkennt halt einfach wirklich fast nichts. Äh, ja. Genau. Da muss ich ehrlich hin. Also gut gemacht, Ehrling. Definitiv. Jetzt wird es auch wieder Tag. Nachbauen wir mal das Zuckerrabben und die Bücherregale wieder an den Altar stellen. Apropos, was mir gerade mal einfällt, wenn er sagt, äh, wenn ich mir davon rede, die einzige wirkliche, äh, Multi-Block-Struktur, die man wirklich aktiv so bauen muss, damit sie, äh, gut funktioniert, ist wirklich der Verzauberungsstil. Alles andere ist immerhin nur ein einziger Block, mit dem man interagiert. Außer vielleicht Kisten, die können sogar zwei Blöcke einnehmen, aber sonst, die letzte Struktur, die etwas platzaufwendiger ist, damit sie funktioniert, ist ein Verzauberungstisch. Das ist schon interessant. Sollte einem eigentlich zu denken geben. Sollte man mal mal Multi-Blöcke ins Spiel reinbringen. Muss jetzt nicht so etwas komplexes sein, wie die Smeltery von Tinker's Construct. Also zum Beispiel einen effizienteren Ofen, den man, was weiß ich, aus Niederziegeln und Lava in die Mitte baut oder so, der einfach schneller brät oder in der gleichen Zeit zwei Stacks brät oder keine Ahnung. Kann ich mir bestimmt was einfallen lassen. Ich meine, in der 1.9 gibt es sowieso schon so viele Erinnerungen. Könnte man das eigentlich auch mit reinpacken. Und jetzt mal bin ich hier hochgespeichere, ich einfach mal. Hauen wir uns das auch mal hier raus. So. Das wird hoffentlich erstmal die letzte Schaufel bleiben. Boah, ich habe jetzt zum ersten Mal auf Anhieb den richtigen Abgang hier erwischt. Ein Wahnsinn. So. 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 jetzt hier der bodenaustasch und dann haben wir auch die ebene perfekt erstmal fertig zwar nicht von außen sondern von hier vorne aber hey wenn man jetzt die oberfläche da mal fertig dass man sie mit bauern kann das ist ein sehr großer fortschritt vor allem wenn das spiel bei dieser konstruktion glaube ich dreimal insgesamt geschmiert ist und raml den fortschritt wieder zunichte gemacht hat ja ja mein kraft das ist verpackt das wissen wir alle das kann passieren und wird auch auf ewig passieren denke ich unvorhersehbare spielabstürze sind immer da das einzige gute ist wenn man auf einem server spielt wo die welt vom server gestellt wird und nicht von dem lokalen pc weil dann können die daten auch nicht verloren gehen weil die welt ja woanders ist die welt bleibt ja aktiv nur du bist halt nicht da wenn ein spielabstürzt für andere spiel das ist total egal außer der server läuft auf dem pc und dein pc stürzt ab dann ist das nicht so gut oder server stützt ab das kann ja auch passieren sind auch nur rechner ohne bildschirme die können auch abstürzen finde ich allgemein so faszinierend viele leute wissen ja nicht anscheinend das server und pc fast das gleiche sind nur mit dem unterschied dass man beim server keine tastatur an diesem rechner angeschlossen hat kein bildschirm haben wir das alles über das internet über die server konsole macht das heißt die das ist die server konsole es ist ja weiß ich wer von euch konnte man denn noch ms dos oder die ganzen alten betriebssysteme wo du halt nur dann bildschirm an das und da befehle eingeben muss das weiß ich dass der ganze computer bestand aus der cmd cmd gibt es ja heute noch das ist ein überbleibsel die eignet sich ganz gut wenn man Programme die ständig crashen zum beispiel zum laufen bringen will mit so einer batch datei ich weiß nicht wer das noch kennt es war ein uralter trick um minecraft früher über den launcher mehr ram zu beweisen zu können das musste man eine batch datei machen in der man den arbeitsspeicher den java beansprucht in die batch datei reingeschrieben hat über den befehl und dann mittels mit diesem manipulierten arbeitsspeicher minecraft gestartet hat die minecraft.exe wo sie halt gespeichert war das war für mich auf meinem alten laptop für ungefähr fünf jahre ne fünf jahre nicht aber ein oder zwei jahre schon auf jeden fall die einzige möglichkeit wie ich überhaupt minecraft spielen konnte schon so ein bisschen bitter allerdings hatte ich das problem dass ich zwar genug abspeicher hatte aber irgendwie java die nicht genutzt hat und nicht nutzen konnte keine ahnung warum wer verlief das dann immer so ob das ich dann zu wenn es ganz schlecht lief halte ich 512 megabyte arbeitsspeicher über die budget dazu weisen müssen weil die standard ein gigabyte von minecraft nicht funktioniert haben und ja zu guten zeiten es fängt man jedes mal mit den java updates zusammen ob es funktioniert oder nicht wenn es wenn ich glück hatte dann konnte ich sogar mit über 1256 also megabyte also 1,25 gigabyte arbeitsspeicher spielen das macht dann schon einen herben unterschied aus lustigerweise als eine meiner ersten meintrags welten dadurch dann auch zerlegt weil zu wenig arbeitsspeicher da war auch eine lange geschichte musste ich halt immer mit ich glaube mit tiny also mit einer sehr sehr geringen sichtweite musste ich die spiel und irgendwann hat sie dann zerfetzt da war dann ein chunk defekt das ist langfristig bei so ziemlich jeder minecraft welt von mir passiert dass immer wieder einzelnen chunks kaputt gegangen sind eben weil doch den wenigen arbeitsspeicher das zeug hat teilweise nicht richtig abgespeichert werden konnte wenn man es weiß kann man sich darauf einrichten aber wenn man es nicht weiß beziehungsweise wenn man selbst wenn man es weiß aber halt keine möglichkeit hat das zu ändern dann hast du da keine chance dass das irgendwann auch mal besser würden das das bittere dran das ganze dann erst aufgehört als dann sich dann endlich eine java version hatte mit dem jdk das habe ich mir dann über die schule runterladen müssen mit gewisses programm vielleicht kennt es die ein oder anderen informatik in der oberstufe haben blut er nennt sich das dafür brauchen wir ja das kitt von java jdk und zu dem zeitpunkt als ich das dann auf diesem laptop installiert hatte lief das mit microsoft auf einmal ich weiß nicht wieso und da konnte ich auch in den neuen